Die Fortführung des levitischen Priestertums Jüdische Verführer lehren, dass der alttestamentliche Tempel mit seinem Opferdienst gemäß dem Willen Gottes wieder aufgebaut und eingerichtet werden wird. Eine biblische Stellungnahme. Gemäß Hebräerbrief 7,12 wurde das Gesetz bezüglich des Priestertums geändert, und zwar dahingehend, dass das Gebot, durch welches das levitische Priestertum eingesetzt worden ist, abgeschafft wurde, da Letzteres durch das Priestertum durch die Ordnung Melchisedex ersetzt worden ist. Hebräerbrief 7,12,18 Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Demnach ist Jesus Christus Priester in Ewigkeit und sein Priestertum kann nicht mehr abgeschafft werden, wie aus den Kapiteln 7,9 im Hebräerbrief hervorgeht. Gibt es aber kein alttestamentliches Priestertum mehr, so kann es auch keinen alttestamentlichen Priesterdienst, keine Tieropfer mehr geben, dementsprechend auch keinen alttestamentlichen Tempel mehr für diesen Priesterdienst. Dennoch wird in der Endzeit ein dritter Tempel im babylonischen Jerusalem errichtet werden, in den sich der Antichristus setzt und sich dort anbeten lässt. Zuvor werden die Pseudojuden in diesem Tempel der Synagoge Satans den mosaischen Opferdienst fortsetzen, also ein falsches und fälschendes, weil neutestamentlich abgeschafftes Priesteramt zelebrieren. Für gläubige Christen stellt der noch in Jerusalem zu erbauende Tempel jedoch keine wesenhafte Erwartung dar, denn sie haben das Lamm Gottes im himmlischen Jerusalem zu ihrem Tempel, also die Gemeinde und ihr Haupt samt dem Gott seienden Heiligen Geist. Alle Tieropfer des Alten Testamentes waren nur Vorschattungen des Opfers Jesu Christi, das ein für alle Mal erbracht wurde und ewig gültig ist. Siehe hierzu den Artikel Die beiden Bündnisse Gottes auf freudenbotschaft.net Der derzeitige Tempel Gottes ist nunmehr die Gemeinde. Gottes Offenbarungsgeschichte kennt keinen Rückschritt in vorherige Zeiten. Eine dispensationalistische Rückkehr zum Gesetz der Juden, ein Ende der Gnadenzeit der Gemeinde Jesu und ihres neuen Priestertums ist diabolisch und antichristlich. Christen, die die Fortführung des levitischen Priestertums erwarten und begrüßen, sind ein Opfer der Zauberei der großen Hure Babylon-Jerusalem. 1 Rauschen 1 1 2 2 3 4